so leute wir sind zurück am airport daniel ocha und leute wartet mal bevor wir weitergehen hier mittlere drucksicke ich möchte nichts mehr hergeben so unsere mission ist auf den turm hochzukommen wer weg auf der seite du bist erwischt mich hat er ich lebe aber noch aber die zombies sind alle tot hier unten wer war das ich du hast ne granate geworfen ja also ist der gar kein spieler oder was ne der war da auch die zombies aber jetzt sind wieder alles voller zombies die die mutter du vollidiot ich hab auch noch ne spät weil da sind die auch noch werfen ja gib sie mir nur wo viele nur noch von ihm gib sie mir gib sie mir gib sie mir gib sie mir los geht's Leute los 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 kann ich mich damit selber töten was auch hinter dir ich hab ein military backpack gefunden Zombies hinter dir drei stück was vier stück oh hier sind ja Zombies ja haha ich dachte das steht offen n n nun die von hier oben geschlagen n 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 ja aber ich habe ich habe den stoff gefunden ja aber nicht vergessen dass ne leute hätte ich schon lange schießen können ohne verbände ja drinnen muss was leih ich glaube ich kack das spiel ist hier hier und das wird so mit hoch gehört der dort geschrieben Prozent 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 oder Arndt ich will auch noch mal ein Vorsicht Zombie ja wir müssen die Zombies töten zuerst Zombies töten zuerst Zombies töten lass dich durch die Tür kommen dann können wir die Tür mal ausschalten oh ich höre ein super Zombie wo ist der? ach da vorne der ist weit weg ach so da unten geht es voll auf die war es Aua, ich baue mich jetzt hier gespürt ich überlebe das voll lange das ist schweig das ist mein Kumpel in Ruhe das klingt gar nicht ab wie er überlebt hat ich bin mal jetzt drin jetzt müssen wir mal Waffen zocken ich hab aber keine Waffen wenn ich jemanden die geklaut hat lass mich mal voran da hab ich mich als erster ich werf mal eine Machete gegen den Kopf ich sterb da dran da bist du gemein du hast schon Machete oh ich hab nen Schraubstück wenn du haben willst äh oooh wollte ich jetzt keine Munizium verschwenden oh Oh, oh, oh. Traut's raus! Ja, Ich bin dabei. Wer sagt, Du noch? Ich bin tot, oder? Ich bin tot. Alter Alter ich bin verpestet ich hab aber einen Impfstoff für dich ah also Menschen was die Gichter an Impfstoff bei mir verschwendet haben naja ich bin gerade infiziert worden es könnte sein dass das alles eine Gold naja die reicht auf jeden Fall ja reicht und Mutti Nahkampfwaffe wenn ich noch auch gott sei denn solchen Superzombie einmal anschießen das war Sinn ich muss noch zu abwesen hier wo auch ich kann die Kettensäge der superzombie Gunster ich seh den gar nicht oh nein wo nein unter uns unter ich glaub der kommt hoch was ja ich glaub der kommt hoch doch 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 Leute der ist oben der ist oben Aua oh die Drehgsäge wohin 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 die der oh oh Alter Alter oh Alter was hat denn ich bin ich weg wir werden um euer Leben wir werden um euer Leben ich weiß nicht wohin ich renn wieder runter ich renn wieder runter Hilfe ich bin los 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 ja ich bin die beine in die hand ich bin nur ein zombie gesprungen ich bin dritt jetzt scheiße ich bin über ein zombie gesprungen ich kann nicht aus dem Fenster rennen ich kann nicht aus dem Fenster springen ich bin hier unten in Sicherheit du in Sicherheit, ich bin gleich tot auf die Container hier, ich bin einfach runter hier hier, hier rüben ja rüben da ist, ich muss die Waffe aufheben oh enabwonei, ich muss die Entladung machen das muss Ivan machen Daniel, du hast doch eine P90, ne ich hab ein volles Magazin gefunden oh, alter oh, das stimmt ich bin infiziert, scheiße ja, ich hab ne Spritze oh, er hat mich fett ja, ich glaub schon, oder? ne, ich hab keine, Entschuldigung ich hab auch nicht mehr Leben, super lieber was steht denn hier mehr du, sie hat einen doof Schuss ich Ivan Kassel-Einladung hierbei na, das muss Ivan machen äh wen soll ich einladen? ich stehe im Hinterkopf das war grad übel nein, 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 ich hab nicht herkommen ich hab nicht herkommen ich hab nicht herkommen das bin ich lief bei ich war unter der Waffe, ich hab nur die erste das ist das ist eine Hilfe ja wir hatten mal in Nahkampf waff ich wird schon mir bitte entgekommen ne, ich kann grad nicht hier ist die riesengroße äh, sind auf einem Superzombi na, na, ich hab den angeht wer hat ne Mosin ja wer hat ne Mosin ey ey, ich hab den jetzt ein paar Mal schon den Kopf geschossen ich hab da noch jemanden ich will hier ungehend nicht laufen können im Haus ich warte hier ey ich brauch schon eine erste Hilfe ich gucke ob da drin eine erste Hilfe liegt da drin liegt Munition ich habe keine munition mehr habe alles eingejagt die habe ich schon vorhin geschmissen die ist nicht geflogen ja hier ist medizin hier ist medizin im haus komm rein auf den tischen aber wo bist du immer hierher zurückkommen du hast doch noch magazin für mich ist gesagt dann können wir uns super zogen wie er kommt jetzt zu euch hier an ich würde an der ist beim licht ja dann könnt ihr mal jetzt soll ich umschleichen und hier auf dem container kommen nee ihr kommt zu uns warum ich bleib stehen oh der macht wie king kong hat auch in die brust gehauen riefer kommit ich stehe hier vom leben wie komm ich denn jetzt ist denn noch einer hinter mir hör ich auch so n geräusche ich klick klick mich bescheidlich oder oder ist jemand gestorben wo hier unten da ist ein grabstein naja ich muss jetzt hier warten wenn ich runtergehe, dann, äh, ne? Alter! Oh, das sind zwei Super-Zombies. Wollt ich grad sagen? Ich hör doch immer Geräusche hier irgendwo anderswo. Kann er zwei Stück aufgehen? Der Ende steht hier an dir. Ja. Ivan. Was? Daniel, bist du da so, wo du umstehen? Ja. Ich hab ja eine Nahkampfwaffe für dich. Ja, ich kann was einfach vom Kleiner da abholen. Oh, oh. Oh, oh, ich bin des Todes. Warum? Das sind so paar Zombies. So ein bisschen Fans, weißt du? Oh Gott. Nein, 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 nein. Geh wieder hinter die Sonntinger. Ja. Ja. Wie wischen du hochkommen? Ja, hier vorne. Hier. Mel, denn da will ich gehen, ich garantiert. In der Treppe. Ja. Das schaffste. Der muss doch erst über den Zaun springen. Nee, der muss rumlaufen. Der muss rumlaufen. Der kann nicht über den Zaun springen. Ja. 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 Da will ich testen. Gehen wir ganz runter. Bis er an den Zaun. Ob er dann kommt. Schön die Zelte absuchen. Weißt du, der muss rumlaufen. Ja. Ach so. Der lag komplett auf. Pass auf, doch hin und kommt er. Ja, ich bin natürlich wieder um. Ich hieß ja echt bekloppte Loot. Da kommt doch nicht hier hoch. Na, jetzt kannst du nicht hierherlaufen. Bin aber jetzt von hier von der Kiste könnte ich jetzt rüber zum Zaun rüber springen. Ja. Und dann kommt der auch los. Ja. Wollen wir rüberlaufen? Mach mal irgendwelche Hüpf mal. Sei verantworten. Also ich hab echt schon besseren Loot gesehen. Er reagiert gar nicht drauf. Wer, was? Oh, Zombie. Super Zombie. Ich wollte eigentlich von da weggehanden. Oh, ich schnack die mit den Beesboschläger. Alter, ich hab zu viele Waffen. Ja. Dann baller ihn weg hier. Ja, ja, klar. Nee. Jo, wo bist du, man? Ich renn hier rum wie ein Bekloppte. Ich hab kein Leben dafür. Ich sterbe. Ich hab kein Achtung. Ich hab nur bis in den beiden Leben. Ja, dann komm zu mir. Wir müssen uns so befreien. Das steht so nett. Da, hier. Oh, der ist so. Oh, der ist so. Der droht noch an. Ähm, ich will noch nen Super Zombie. Oh, der hat dich. Komm aus, der Auto. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Einmal getroffen. Ja. Na, ah, nein nehmen. So, jetzt brauch ich mit. So, jetzt brauch ich mit. Du wolltest mal einen Nahkampfwaffe geben. Oh, mir, du Schwein. Ach ja, warte. Du wolltest mal einen Nahkampfwaffe geben. Kannst du wenigstens. Ja klar. Ich stelle mich da vorne auf die Haupt und dann sprach ich auf den hin. Der hinten hört's ja lustig an. Ich rieche mal hinter mir. Ja, und ich komm mal in der Mahete. Der trifft dich da unten, glaub ich. Jo. Ja. Das ist scheiße. Trifst du ihn? Nee, zu. Zeig ihm mit dem 9er. 9er Eisen. Ja, der hat von mir schon 40 Kugeln. Äh. Da drin ist noch einer. Äh, heil dich. Nein, ich hab nichts. Warte. Hol du die Nahkampfwaffe. Dann werde ich, äh, drauf gehen. Hier, heb auf. So, Moment, ich muss die Waffe wechseln. Hey, das war's. Ach so. Hm, okay. Aber ich hab's hier drauf angelegt. Hm. Dann. Hättschuh funktionieren können oder? Hier ist Verbände. Ripper, Verbände. Nein. Hier hinten denn? Was seid ihr denn? Ja, die muss spazieren da hinten. Das war doch ungüglich. Wir haben keine Waffe. Ja, ja. Aber ich bring euch jetzt Freude. Ich bringe die Super-Stormier mit. Jetzt reicht's mir. Ich will auch nicht die ganze Aufnahme machen, wo ich auf dem Foto stehe. Mist. Das ist Maika. Hä, meine, meine Moneten. Hä? Welche Moneten? Hä? Ich hab da noch nie Geld gesehen. Oh. Huh. Oh, einmal hat er mich getroffen? Nee, ich lass' mich immer noch nicht da, lang gehen. Das ist ja super Zombie. Was? Nein, Quatsch. Nee, hab ich doch gehört. ich will hat jemand eine Sandeckbarikade wer hat eine PKP das Magazin für die du hast doch ein Magazin für die FN hier und Oka hängt da immer noch raus da der ist jetzt aber so wie es jetzt aber der feuerwehr man das kleine Lichtchen hier mit so Schemleitz und sowas mitnehmen hat er mir noch eine verpasst also mit Nahkampfwaffe sollte man sich nett mit Superzommie anliegen Neuro sich auch und Daniel und hat auch gemacht Ladung Warte und kann einladen auch einladen die Lerner vor dem Feuer so jetzt nämlich die ist auch leer alles leer ich will hier eine verkackte Sniper und ich muss was trinken hat jemand zu trinken braucht jemand ich habe auch trinken was brauche ich immer das will ich noch das ist immer ich will nach hause telefonieren meine aktie ist gleich kaputt ja die ist kaputt wo ist es auch noch ein super-sumig glaube ich er hat er verraten nicht so oder ich bin schnell weg was wohin sie weg da kann ich machen oh mein Gott mein Gott ich bin tot ich bin so gut wie tot wo sind denn der Mann hier was weg der ist dabei bei nix ich seh ich seh's ich ich bin Rieper steht da wer hat da jemand in der Kirche und es ist schon dann lasst uns mal den Schnitt machen wir sagen bis zu sehen wir sind zum nächsten paar zu investieren tschüss tschüss